Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute hat meine Schwester mir fünf neue Serien rausgesucht. Ich weiß noch nicht genau, was das für Serien sind. Wir schauen uns nicht nur diese fünf Serien an, sondern wir entscheiden in bestimmten Kategorien, worauf ich Lust hab. Dann wird eine Serie rauskommen, die ich anfangen werde zu gucken. Ihr könnt in den Kommentaren mitmachen. Ich bin gespannt, ob ihr schon eine der Serien angefangen habt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. In der ersten Kategorie geht es darum, dass ich anhand von zwei Adjektiven entscheide, welche Serien weiterkommen und welche Serie jetzt schon rausfliegt. Erste Serie ist aufregend und abenteuerlich. Aufregend, abenteuerlich. Ich muss gucken, worauf ich überhaupt Lust habe. Deswegen lese ich mir die anderen Adjektive durch für die anderen Serien. Eine Serie wäre aufregend und abenteuerlich. Eine andere Serie wäre geheimnisvoll und jugendlich. Irgendwie erinnert mich das direkt an Riverdale. Dann hätten wir noch brutal rau. What? Was für ein Sinn brutal. Ich weiß nicht, ob Vampire Diaries vielleicht auch als brutal gilt. Da werden auch viele Leute umgebracht. Oder ob es so brutal wie American Horror Story ist. Dann die nächste Serie. Anspruchsvoll, bewegend. Anspruchsvoll, ich denk da immer an so was wie Sherlock. So anspruchsvoll, bewegend, so was wie This Is Us. Wobei ich davon auch nicht viel geguckt hab. Dann hätten wir noch schräg herzergreifend. Vielleicht so was wie Buckley? Nein, nein. Aber vielleicht so eine Sitcom, wo es dann auch viel um die Charaktere geht und nicht nur um die Witze, die so gemacht werden. Puh, okay. Das sind schon alles sehr unterschiedliche Sachen, was ich cool finde. Ich glaube, ich hab nicht unbedingt so viel Lust auf Brutal Rau. Könnte bestimmt sehr cool sein, aber ich glaube, in dieser Runde fällt die Serie Brutal Rau. Dimm, 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 dimm. Okay. Die anderen vier Serien sind in der nächsten Runde. Wir gucken uns jetzt mal an, was Brutal Rau für eine Serie gewesen wäre. Curse, 1.Ausstrahlung, 17.Juli 2020, hat zehn Folgen. Es ist eine Fantasy-Serie über die zukünftige Lady of the Lake. Als junge Frau macht sie nach dem Tod ihrer Mutter die Bekanntschaft des Söldners Arthur, der sich auf der Suche nach dem Zauberer Merlin und einem magischen Schwert befindet. Curse hab ich sogar schon angefangen. Ich hab die erste Folge so 20 Minuten geguckt, aber dann nicht weitergeguckt. Ich weiß nicht, irgendwie hat's mich nicht ganz so gefestellt, aber es sah sehr, sehr cool aus. Deswegen guck ich das vielleicht sogar weiter, aber jetzt auf jeden Fall erst mal nicht, weil die Serie ist rausgeflogen. Als allererste Serie ist Cursed rausgeflogen. Wenn ihr's aber schon geguckt habt, schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr übrigens kein Serienvideo mehr verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt unbedingt meinen Kanal abonnieren. Da die jede Woche Dienstag pünktlich um 15 Uhr ein neues Video online. Mit den verbliebenen vier Serien gehen wir jetzt in Runde zwei. Und da wird mir jeweils immer ein Schauspieler oder eine Schauspielerin gezeigt, die man eventuell kennt oder vielleicht auch nicht. Und daran kann ich dann entscheiden, ob ich das cool finde, die in der Serie zu gucken oder nicht. Los geht's mit Schauspieler Nummer eins. Das wäre Darren Charles Varney. Er sieht so aus, als wäre er sehr jugendlich und als wäre das vielleicht sogar so eine Teen-, so eine Dramaserie. Obwohl er auch sehr so aussieht, als könnte er so ein mysteriöser Guy sein. Könnte cool sein. In einer weiteren Serie würde mitspielen Jessica Schwarz. Okay, cool. Also auf jeden Fall eine deutsche Serie. Okay, aber es wäre vielleicht cool, auch in der deutschen Serie noch mal eine Chance zu geben. Dark war halt auch megacool. Dann haben wir in einer Serie Yank Steven. Bestimmt falsch ausgesprochen. Und er sieht halt sehr ähnlich aus wie den, die wir eben hatten. Er könnte auch so ein Teen-Boy an so einer Highschool spielen. Und in einer weiteren Serie würde noch mitspielen Madeleine Klein. Und sie sieht ja mal megacool aus, die Schauspielerin. Hab ich auch noch nie irgendwo gesehen. Aber ich kann mir auch vor ... Sie sieht ein bisschen so aus, als könnte sie auch so bei Elite mitspielen. Auch so Highschool, College-Drama. Aber vielleicht wirklich mit so mehr Mystery, mit mehr Geheimnissen und so was. Okay, aber wen schmeiß ich denn jetzt raus? Ich glaube, ich schmeiße raus Yankil Steven. Ich bin sehr gespannt, was das für eine Serie ist. Ah, okay, okay. Also zu ihm passte Geheimnisvoll Jugendlich aus der ersten Kategorie. Ah, okay, das wäre vielleicht wirklich was Cooles eigentlich gewesen. Und es handelt sich um ... Control-Z. Hab ich noch nie was von gehört. Kam raus am 22. Mai und hat acht Folgen. Während einer Schulversammlung am Collegio Nacional wird durch einen Hacker ein großes Geheimnis einer Schülerin offenbart und unter den Schülern bricht Panik aus. Sofia Herrera, eine introvertierte Jugendliche, versucht den Hacker zu finden, noch bevor dieser ihr eigenes Geheimnis veröffentlichen kann. Klingt cool, Mann. Das klingt echt cool. Ich weiß gar nicht, ich hab da wirklich noch nie was von gehört. Wenn ihr das schon gehört habt oder sogar gesehen habt und es für gut befunden habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das schon mal irgendwo gesehen hab. Machen wir weiter mit der dritten Kategorie. Da geht es erst mal einfach nur darum, auf welches Genre ich denn jetzt mehr Lust hätte. Wir hätten einmal Comedy-Teen. Ich weiß nicht, ob ich so Lust hab auf was Comedy-mäßiges. Also so eine Teen-Serie gerne auch noch mal so anfangen und so neue Charaktere kennenlernen. Aber ob ich Lust hab auf eine Comedy-Teen-Serie, dann haben wir Abenteuer-Drama. Ah, Abenteuer-Drama. Okay, wir gucken mal, was noch übrig ist. Science-Fiction-Thriller. Das könnte auch superinteressant sein. Wobei ich bei so was denke ich auch immer an The Rain. Und das fand ich auch nicht so gut. Deswegen, ich hab nicht unbedingt Lust auf so Abenteuer-Sachen. Deswegen würde ich das jetzt mal rausnehmen. Obwohl Drama wär auch cool. Zu Abenteuer-Drama wär aus der ersten Kategorie aufregend abenteuerlich gewesen. Und es handelt sich dabei um ... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Outer Banks! Okay, okay. Ich hab mal ne Folge geguckt, ich fand's ja nicht so gut. Aber so viele, so viele haben gesagt, ich muss unbedingt weitergucken. Der Teenager John B. kann seine Freunde davon überzeugen, ihm bei einer legendären Schatzsuche zu helfen. Schon sein Vater hat nach diesem Schatz gesucht, ist jedoch spurlos verschwunden. Doch dieses Abenteuer wird für alle Beteiligten zur Gefahr. Vielleicht geb ich's noch mal irgendwann ne Chance. Aber jetzt erst mal nicht, weil es geht jetzt darum, noch die Serie zu finden, die neue Serie zu finden, die ich anfangen werde zu gucken. Die nächste Kategorie ist eigentlich auch schon das Finale. Und zwar werden wir jetzt ganz kleine, Mini-Beschreibungen der Serie lesen, die eigentlich kaum was verraten und uns dann entscheiden, worauf wir mehr Lust haben. Oder worauf ich mehr Lust habe. In der Serie geht es um ein Mädchen und dessen holpriger Anfang an der Highschool. Ist die Frage, ob das das Science-Fiction ist oder Comedy. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch diese Comedy-Teen ist. Weil sie ist halt an der Highschool, sie hat so einen holprigen Start. Und dann haben wir noch. Eine junge Studentin muss sich zwischen Rache und Vernunft entscheiden. Okay. Das klingt dann schon eher wie der Science-Fiction-Föhler. Aber eine junge Studentin und dann so ein Thriller-Science-Fiction, das klingt schon irgendwie nice. Oder? Ich glaube, anhand der Beschreibung hätte ich doch schon ein bisschen mehr Lust auf eine junge Studentin muss sich zwischen Rache und Vernunft entscheiden. Deswegen, Freunde, wird in der Serie geht es um ein Mädchen und dessen holpriger Anfang an der Schule rausfallen. Okay, das wäre auf jeden Fall das Comedy-Team gewesen. Und das auch am Anfang schräg herzergreifend. Und es geht um noch nie in meinem Leben. Davon habe ich schon viel gehört. Okay, das ist auch im April dieses Jahr rausgekommen. Hat zehn Folgen. In der Serie geht es um das 15-jährige indisch-amerikanische Mädchen, die nach einem schrecklichen ersten Jahr in der Highschool und dem Tod ihres Vaters zusammen mit ihren Freundinnen cooler und beliebter in der Highschool werden will. Ich bin wirklich gespannt, was für eine Serie ich jetzt anfangen werde. Was da jetzt noch übrig bleibt. Ah, okay, weil als letzten Punkt vom Anfang bleibt jetzt auch nur noch anspruchsvoll bewegend übrig. Und das ist ... Tadadadam! Bio-Hackers. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich habe davon noch nie was gehört. Ah, okay. Die Erstaufstrahlung ist am 20. August. Also, ist noch gar nicht draußen in der Serie. Okay, okay. Die kommt jetzt erst noch raus und die hat sechs Folgen. Die junge Studentin Mia Ackerlund studiert an der Universität Freiburg. Das ist die deutsche Serie mit Dings. Jessica Schwarz. Ah, okay, okay. Als sie von bahnbrechenden Forschungsergebnissen im Bereich Bio-Hacking, Bio-Hacking, whatever, erfährt und die Forschungsergebnisse in die falschen Hände geraten, muss sie sich entscheiden, ob sie ihre Freunde schützen oder den Tod ihres Bruders rächen will. Aber das klingt doch irgendwie cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr davon schon gehört habt, dass das jetzt erscheint und rauskommt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, warum ich Outer Banks nicht ganz so cool fand, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht und anderen Serien. Das verlinke ich euch einmal hier oben. Und hier unten kommt ihr zu dem Video die zehn erfolgreichsten Filme von Cinema Strikes Back. Danke fürs Zusehen, ich habe euch lieb und bis in meinem nächsten Video. Tschüss! .